Irgendwann war ich dann so am Gebären, Thomas daneben, wusste nicht genau, was er machen soll. Dann hat die Hebamme gefragt, sie hat gefragt, soll ich dir was gegen die Schmerzen bringen? Ich habe gesagt, ja, dann ist sie rausgegangen, zwei Minuten später kam sie rein mit einem Kirschkernkissen. Hat sich sehr gut gemacht in ihrer Fresse.